Hallihallo, ich bin jetzt wieder eure Melissa, diesmal mit einem neuen Video auf den Start. Ich werde heute ein Video drehen. Darum gehts. Ich mache 7 Zeichen. Ich muss euch etwas vorzeigen. Ich weiß nicht, ob man sowas nennt. Schreibt es mal in die Kommentare, falls euch das einfällt. Und ihr müsst erraten, was dabei rausgekommen ist. Hier müsst ihr dann in die Kommentare schreiben, was rausgekommen ist. Und ich mache die dann durch. Und ja, ihr schreibt in die Kommentare, was es zeigen könnte. Ihr schreibt erstens ist gleich oder zweitens ist gleich. Ja, dann geht ihr das Ergebnis, falls ihr es wisst. So, ich mache jetzt einfach mal die Reihe durch. Ich zeige es. Also ich mache jetzt die Form halt. Lasst euch 10 Sekunden Zeit. Und macht dann immer wieder weiter. Wenn dasłada soll. Wenn dasούμε. Ja, ich wäre jetzt völlig total mucho feinfopt. Höch. Dann sind wir ja in unsere klassischen Karte. Also ich finde auf alle Balken. Ja. Ja, das ist gut. Das war eine gute Sache. Ich hoffe, ihr habt es erkannt, was es sein sollte. Jetzt mache ich noch einen ganz schnellen Teil auf, was ich euch gezeigt habe. Ich hoffe, ihr habt es erkannt. Auch jetzt ein kurzes Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt euch ein bisschen kaputt gemacht. Ich wünsche euch dann noch einen schönen Abend. Schreibt bitte in den Kommentaren, was ihr glaubt, was ich vorausgefunden habe. Und ich würde mich selber einen Daumen nach oben freuen. Tschö, dann würde ich sagen, tschüss und viel Spaß.